Meine Damen und Herren, wir probieren jetzt diese zwei Kakaos. Ich will das probieren. Shake, shake. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Willst du einen guten Appetit? Noch nichts sagen? Kann man nicht hart gönnen. Boah, das schmeckt echt gut, vor allem wenn Koffein drin ist. Puls! Au! Au! Vergewaltigung! Voll gest... Au! Oh mein Gott! Nati, Nati... Deine super-sexy, super-sexy Freundin soll deine Pickel ausdrücken. M-Melli? Hast du den Kommentar geschrieben? Nein... Du hast es klein bisschen gestillt. Lass deine super-tolle Freundin deine Pickel ausdrücken. Herzlich willkommen zu Melli, drückt Sidney's Pickel aus. Wir freuen uns. Fun Fact Leute, Melli liebt es überall und ich hasse es. Und kannst du mal nicht deine Hände über mich... Dieses Hitschirr? Also macht euch gespannt auf. Halt einfach die Maus. Die Maus. Die Schnauze. Ich hatte nicht mal Pickel gerade. Leute, die Schnauze sind natürlich... Leute, wo habe ich Pickel? Tut weh? Doch, das tut weh. Ja, sind ja jetzt manchmal so eine Pussy. Guck dir diese ganzen Porn an. Das sind einfach nur meine Porn, das sind keine Mitesser. Ah, das sind keine Mitesser, Maddie. Ich habe einfach große Porn auf meiner Nase. Warum kommt da dann was raus? Ja, weil ich da Ketchup reingemacht habe. Ah, ah, fuck, shit. Ah. Ist weg? Nee. Aua, nicht so drücken. Du verschiebst meinen halben Kiefer. Du gehst da so dran wie ein Kieferorthopäde, Alter. Ah, ah. Okay, fertig. Ah, perfekt. Hm. Ist kalt. Sieht sexy aus. Kauft dir ein Objektiv. Ja, Leute, ich habe mir das Objektiv schon gekauft. Ich wurde gerade nämlich kontrolliert von der Security. Ich musste leider alle meine Aufnahmen löschen, aber ich habe jetzt das Objektiv. Freunde der Sonne, äh... Keiner Fels passiert. Nämlich das Objektiv, was ich vorhin gekauft habe. Ich dachte, es wären 18 zu 35. Das heißt, 18 ist sehr, sehr weit. Und 35 ist ein bisschen näher. Das Objektiv, was ich gerade verwende, ist 28 zu 70. Und 28 ist halt, das ist gerade 28. Und das ist 70. Also, wenn ihr nicht wisst, wie Objektive funktionieren. Das Ding ist, ich dachte, es wären 18 zu 35. Nee, das stimmt nicht. Es ist nur ein 35er. Das bedeutet, es ist ziemlich rangezoomt, aber wir testen es trotzdem aus. Ich mache jetzt das neue Objektiv drauf. 3, 2, 1. Bäm. Das wäre jetzt das neue Objektiv. Alter, das sieht ganz anders aus. Für mich ist es gerade Neuland. Ah, Leute, ist... 100. La-